Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video und heute spiele ich wieder deine Klasse und zwar hat uns heute der Gustav Gabel, der auch mit dabei ist, eine Klasse vorgeschlagen. Das bin ich. Ja, und die Klasse wurde mit 322 Daumen nach oben bewertet. Wer hätte das gedacht, dass die Klasse so krass bewertet wird? Ja, wir haben natürlich die 0 von 10 Punkten Klasse am Start. Gustav ist in der Videobeschreibung verlinkt, auch seine Runde mit 0 von 10 Punkten, wo ich ihm die Klasse gestellt habe, ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken, falls ihr das nicht schon gemacht habt. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall wieder eure Klasse in die Kommentare. 10 Punkte bitte dabei schreiben diesmal. Und ein Spezialist und auch die Scorestreaks auf jeden Fall. Wäre mega nice. Gebt der Klasse, die euch am besten gefällt, einen Daumen nach oben, damit ich die Klasse mit den meisten Likes am nächsten Sonntag wieder spielen kann. Und ich würde sagen, wir begeben uns jetzt ins Gefecht, oder? Ja, auf los geht's los. Geist, Raps und Mutterschiff müssen wir erreichen und das wird echt ein harter Kampf jetzt. Wie soll ich das beschreiben, ne? Digga, aber wir haben absolut Doppel-TP. Ja, wow. Oh, gegen Autobahn auch noch. Nuketown gegen Zweireiniger. Ja, das kann ja nur. Auf jeden Fall das Mutterschiff. Es wird das Mutterschiff, oder? Ja, ja. Oh, wir haben Schleudereffchen. Ei, 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 ei. Wir haben Schleudereffchen. Geiler Name auf jeden Fall. Achso, ob die Lobby anfängt ist natürlich noch eine Frage. Ja, im Moment ist ja so Black Ops 3, die machen ja oft so Dinger, ne? Ey, seit dem Update hier für die Waffen. Dann kommen die Lobbys gar nicht mehr zustande, ja. Ja, fände ich auch echt cool, wenn es jetzt mal hier langsam dann mal starten würde. Ei, 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 ei. In dem Fall geil hier. Man kann sich alles mal genau angucken, wie es so im Ladebildschirm ist. Die kugelsichere Beste verleiht ihnen... Genau, dass du den Charakter genau gucken. Ja, also aber absolut genau, ne? Also ich finde, die Battery hat schon ziemlich deutliche Gesichtszüge. Ich hätte jetzt gedacht, du willst auf die Titten eingehen, aber okay. Hey, da hattest du ja einen Panzer drüber. Ja, alles klar. Yukton, ach du Scheiß, okay. Boah, ich hab Black Screen. Oh, direkt wieder raus. Was passiert hier? Auf jeden Fall nichts Sinnvolles, das kann ich dir sagen. Vielleicht sind wir jetzt nochmal wieder in der Vorlobby und es beginnt jetzt nochmal. Da, guck mal. Ja. Nice, also auf jeden Fall nicht Exodus. Ja, ja, du kannst halt immer schön durchs Gebäude innen laufen oder sogar komplett aus. Kommen wir neben Exodus. Heute passiert das Unmögliche. Ja, lass mal Exodus spielen. Gussi gehen raus an Dennis. Ja, Dennis, der kriegt wahrscheinlich jetzt gerade die Pickel, wenn er das sieht. Ich hätte jetzt gedacht, dass er voll den Steifen kriegt. Ja, wahrscheinlich. Er denkt sich so, aber es kommt ja eh kein Exodus, es kommt jetzt eh weg. Oh, auch sehr schön. Okay, das geht auch gut klar, denke ich, ne? Und auch ansehnlicher für die Zuschauer. Ja, definitiv, ey. Also wenn wir reinkommen, das steht ja noch nicht da. Das Spiel beginnt auf jeden Fall jetzt angeblich. Der Franzose ist auch bei uns. Ich glaube daran, dass die Lobby beginnt. Ja, vielleicht. Passiv. Ja, ist unten. Die Lobby ist passiv. Da ist sie passiv. Ey, was ist los heute? Das wäre schon geil. So mit aufnehmen und spielen. Das wird verlangt, ich weiß. Das wird das beste Video aller Zeiten. Ja. Schade, dass man mich nicht dabei beobachten kann, wie ich auch warte. Schönes Wetter auch heute. Heute hat es geschneit hier bei uns. Echt? Ihr habt die Vorhänge zu. Ich habe noch nicht einmal rausgeschaut. Geil. Okay, ich guck mal kurz, wie es aussieht. Ja, guck mal. Boah! Da ist ja alles voller mit Schnee. Geil, also eine gute Lobby hier, muss man schon sagen. Ja. Ja. Ich habe echt Angst. Vielleicht werden wir auch gerade angegriffen oder so. Eigentlich passiert das, was bei mir im Stream mit dir passiert ist gerade. Du läufst einfach die ganze Zeit jetzt aus. Ich habe auch nur mal das Platschen gehört. Das war nicht mehr normal. Ja, geil. Oh, guck mal. Die Runde ist, glaube ich, vorbei. Ich habe das Mutterschiff erreicht. Das habt ihr gesehen. Aber wollen wir noch mal EVEC spielen? Ich glaube, da schaffen wir noch das Mutterschiff. So, TDM haben wir schon mal gefunden. Okay. Gucken wir mal, ob wir da rein. Ey, was? Wir sind drin. Echt? Ja. Wollen wir jetzt TDM probieren? Fäuste sind da. Ja, machen wir jetzt. Soll ich jetzt bei dir rumlaufen? Ich weiß nicht. Ich bin tot. Wir können ja immer schön den Doppelkill gehen. Es ist absolut nicht möglich, ne? Und da. Und ich habe jemanden getötet. Ich bin der beste Spieler der Welt. Absolut schon wieder tot. Ey, was? Ich will doch einfach... Nee. Wenn dir einer entgegengesprungen kommt, du kannst nichts machen. Du guckst die an und denkst dir so... Ja, alles klar. Du boxt ihn einmal und er gibt dir halt, ne? Ich will einfach mal einen killen. Ey, du stehst 0,5. Ja, voll geil. Ich lauf hinter einem her und ich kann einfach nichts machen. Ich weiß, dass ich ihn... Ja. Ich spring da rüber und dann sind da drei. Ja. Ich stehe absolut zündos. Ich stehe 0,9. Loi. Das wird natürlich... Also ein Unterfangen unmöglicher Art. Ich werde jetzt die Nuke negativ machen. Wir werden absolut passiv spielen müssen, ne? Wir spielen passiv. Oh, da wartet einer hinten auf uns. Oh, geht das auf. Ja, alles klar, Digga. Genau. Das Problem ist halt, sobald er jetzt, sagen wir mal, Raps hat oder so, können wir eigentlich ihn wieder liefen. Wir können eigentlich jetzt schon liefen. Ich gehe jetzt auf C. Das ist halt echt traurig. Man muss halt echt einen Server finden, wo es Sinn macht. Ja. Aber ja, sollen wir einfach zwischen A und C pendeln? Ja, würde ich sagen. Wir machen das jetzt einfach. Ja, ne? Ja, da bin ich dabei, ne? Also C bin ich jetzt dabei. Ey, guck mal, wir machen das jetzt so. Meinst du, wir schaffen das hier außenrum? Ja, genau. Ach, du meinst du... Aber nee, das kann man nur mit Nachbrenner machen. Ja, stimmt. Das geht echt nur mit nach. Aber komm, wir versuchen... Na! Komm! Oh mein Gott! Was? Ich habe ihn nicht einmal getroffen. Da oben ist... Ja, ich habe ihn zweimal getroffen. Da oben ist einer. Weg, 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 weg. Oh mein Gott, wir warten, bis der... Komm her! Komm her! Okay, wir laufen auf B, komm. Wir laufen auf B, wir laufen auf B. Wir laufen auf B. Nein, es ist einer, nein! Ich werde so gesnifed. Absolut geholt wurde, ist das? Putz! Er holt er mich. Ich bin auf A. Okay. Ich versuche halt einfach, trotzdem hier Streaks zu machen. Ja. Hey, wohin läufst du? Oh nein! Da ist einer! Ich habe ihn! Da ist der Sniper! Nein! Ich bin so tot. Ich gehe auf A. Ja, ja. Bin da, bin da. Okay, lass auf C. Perfekt. Lass auf C. Drohne, Konterdrohne. Was? Hast du schon? Du hast schon Erfahrungen damit, ne? Ja, Digga. Ich bin auf C. Oh, C können wir sogar bekommen. Ja, ich habe noch einen getötet. Ich stehe 3-1, Junge. Ich bin Erster. Alter, heftig, Mann. Okay, ich bin auf C. Okay, ich komme hier nicht weg. Hier sind viel zu viele für mich. Ich bekomme C. Ich stehe 4-1. So, ich habe C. Oh nein, ich muss hier weg. Da spielt der Passiv. Da spielt der Passiv. Da spielt der Passiv. Okay, lass uns auf B gehen. Bist du bei B vielleicht, eventuell? Nein, da steht ein Geschütz. Ich bin so weg, Alter. Ich bin so weg, Alter. Also da ist ein Geschütz, ja. Das steht aber Richtung C guckend. Also wir können auf B gehen. Können wir wohl schaffen. Oh nein, aber die sind gerade bei A. Ich habe voll Angst. Nein. Ich hatte schon... Ich möchte nicht. Ich war 700 Punkte vom Dingens entfernt. Ja gut, jetzt hat der eine Typ, den ich jetzt dreimal, glaube ich, geschlagen habe, hat sich jetzt ein Schwert genommen. Dann machst du halt nichts mehr dann. Digga, ich habe nicht einen Kill. Oh Mann ey, aber ich stehe 4-2. Hey, mich fuckt das so ab, ne? Ich feiere das gerade so sehr. Ich habe 3 zu 10. Oh mein Gott. So, ich laufe da mit euch außen rum. Ich habe auf jeden Fall meinen Kampffokus. Das könnte man... Oh. Oh. Hier, Drohne, Konterdrohne. Nice. Ich gehe auf A jetzt. Ne, die sind alle auf A. Ne, ne, ne. Lass mal. Immer versuchen, mehr passiv zu spielen. Da spielt der Passi. Einfach gucken, die Drohne, was sich dann so ergibt. Okay, wir können auf A gehen. Nice. Oh. Okay, ich habe Kampffokus und nehme A jetzt ein. Easy. Ich bin 85 vor Hater. Ich bin 600 Punkte vor Geist. Oh, was? Ey, wenn ich den Hater schaffe, ne? Lass uns bitte nicht hier lang gehen. Da kommt einer. Warte, lass uns den beide anboxen. Auf B oder was? Oh, ich habe ihn noch mit Kampffokus geboxt. Oh, nice. Der geht auf A. Oh mein Gott. Die nehmen B ein. Lassen wir den das, oder? Sollen wir auf C gehen versuchen? Ich bin unten. Ich bin unten hier am Arsch. Boah, ich bin bei B und meine Kollegen sind auch hier. Das heißt, wenn... Ja, wir haben den einnehmen lassen. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Hast du den? Ich boxe den. Hab ihn. B. Lass auf B. Komm, ich bin 300 Punkte vor Geist. Hater, Hater, Hater. Hater, Hater, Hater. Und raus. Hast du Hater, Digga? Ja, Digga. Oh mein Gott. Ich bin 100 Punkte vor Geist, ne? Oh, was? Oh nein. Da kam der mit... Ey, du kleiner... Ey, was passiert hier, ne? Ey, ohne Scheiß. Wir können jetzt C einnehmen, ne? Wir können jetzt C einnehmen. Dann habe ich Geist. Ich habe Geist dann, ne? Ey, komm schon. Komm schon. Nein, nein, es ist eine Granate. Bitte nicht, bitte. Sagst du das? Ich habe den Geist. Ich habe den Geist. Oh mein Gott, was? Ich stehe 5 zu 10. Oh, Mann. Ach so, die sind aufgegangen. Ach, das ist ja mega. Okay, krass. Oh mein Gott, ich bin 100 Punkte vor... Raps. Ey, wir schaffen B, komm. Ey, oh mein Gott. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist ja eine passende Runde für den Kevin. Der beste Spieler aller Zeiten. Raps. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, ne? Jetzt gehen wir auf A. Oh mein Gott, ey. Das ist so krass, dass das gerade funktioniert. Ich habe den Typ mit dem Schwert einfach von hinten geboxt. Digga, ich bin 75 Punkte vor Mutterschiff, ne? Ne, oder? What the fuck? Ich stehe 6 zu 10 und habe jetzt gleich Mutterschiff, ne? Ich lasse jetzt meine Raps die Kills machen. Wir haben taktisch so gut gespielt, ne? Wir haben taktisch so wertvoll gespielt einfach. Alter, was? 35 Punkte noch? Ich boxe den jetzt auf C. Soll ich... Wer hat den? Ne, die sind alle auf C. Ne, m-m. Bitte. Was machen wir jetzt? Die Raps sollen Kills... Ich muss hier weg. Ich bin so tot sonst... Ich hole mir die jetzt alle scheiß drauf. Ich bin hier weg. Meine Raps kommen. Nein! Ich bin 20 Punkte vor... Ich habe Mutterschiff. Ich glaube das nicht. Nein. Oh mein Gott. Guck mal, er schreibt, da hat man einmal ein Disconnect. Haha. Ich weiß nicht, ob man... Vielleicht glaube ich denen das sogar. Ich glaube denen das, ja. Boah, Mutterschiff raus. Boah, ich komme mit rein. Nice. Guck mal, ich werde absolut noch positiv. Ich bin erst mal einfach nur unterwegs mit Fäusten, ne? So, jetzt hier. Wir haben einfach beide unsere Steaks geschafft. Ich feiere das gerade so sehr. Ich auch. Absolut. Das ist so heftig, ne? Okay, mal sehen wir, ob ich einen Killabkrieg. Wo spawnen die denn? Bei C, glaube ich, oder? Ne, hier unten. Ja, genau. Loil. Cool, das Mutterschiff geht absolut rein. Ey, Mutterschiff ist so gut, ne? Das darf man echt nicht überschätzen. Das ist wirklich die beste Steak in dem Fall. Ich habe die Vorratskiste abgeschossen. Hast du auch Punkte dafür bekommen? Ja, 150. Loil. Ach, da ist eine Vorratskiste und der will die mal nehmen. Wir schießen den immer ab. Ich schieße die ganze Zeit irgendwo hin. Haben wir überhaupt noch Gegner? Ja, man sieht hier. Die spawnen halt nicht oder so. Keine Ahnung. Ah, da ist einer. Okay. Ja. Da ist noch einer. Den holen wir uns auch noch. Oh, schade. Oh, bei B. Diesmal B die Raketen rein. Ich fahr mal rüber jetzt hier. Einfach B Raketen reinschießen. Ne, das ist nicht B, du Jäger. Oh, ich bin hier rübergefahren. Mach doch, was ich dir sage. Oh, es läuft. Nice. Ey, das läuft. Ja. Ich finde aber keinen mehr. Hier ist einer. Boah. Nein, okay, ist vorbei. Ich bin 555 Punkte vor Geist wieder. Okay, wenn wir 10 nehmen, ich habe Kampffokus. Oder gehen wir auf B? Wir gehen auf B, oder? Schade. Geht nochmal aus B raus. Geht nochmal aus B raus. Ja, komm, wir machen jetzt B. Ich mache Kampffokus an. Nice. Komm schon. Komm auch. Oh, zu spät. Ey, wenn wir das jetzt noch gewinnen, ne? Meinst du? Ohne Scheiße. Ich bin 255. Die Säge sind wieder drin. Obwohl, der spielt nicht richtig. Ich bin 255 Punkte davor. Das heißt, der spielt nicht richtig. Ich werde ein Mutterschiff. Da kann man nicht viel machen. Das ist halt echt so, ne? Ey, guck mal, wir haben schon wieder einen Geist an unserem Team. Krass, Alter. Wir haben unserem Team aber auch so hart geholfen. Nein, da kommt eine Granate. Ich muss so weg. Da weißt du, da war ich... Da hat sich jemand von uns selber getötet. Da steht ein Geschütz. Oh, oh, oh. Okay. Ich bin im Geschütz, aber einfach... Der Blitzschlag fliegt genau auf meinen Kopf. Lord. Er ist nur auf mich drauf geflogen. Aber egal, scheiß drauf. Wir haben das Mutterschiff erreicht. Wie besser geht es halt nicht. Oh, was? Ein kleines Auto... Wir haben nochmal Raps. Ey, keine Ahnung. Irgendeiner aus unserem Team hat gerade Raps gemacht. Wie du einfach 25-11 stehst. Nur mit Fäuste. Läuft bei mir. Nur mit Streaks würde ich schon eher sagen. Genial, Alter. Oh, mein Gott, ey. Wie nice war das denn? Das ist eine absolut witzige Runde. Hätte keiner mitrechnen können. Ich habe dir gesagt, bleib motiviert, mein Freund. Ja. Alles ist möglich. Vor allem, es war erst so... Ne, es wird nichts. Und dann auf einmal... Dann auf einmal... Einmal Streaks. Habe ich auch... Boah, ich habe ihm nochmal eine Linke hier gegeben. Weißt du, und da will mir noch einer sagen, dass du nicht der Beste bist von allen. Oh, Digga. Das habe ich jetzt nur mit dir zusammengeschafft, weil du einen Hater einfach rausgehauen hast mit fucking Fäusten, Mann. Ja, du hast absolut die Leute so geboxt, ne? Ja, ohne Mist. Ich habe so viele Leute geboxt. Das war so lustig. Ich habe besonders nur den einen, diesen Sandivel oder so, der jetzt eher erster ist. Ey, wir gewinnen das, ne? Wir gewinnen das, ne? Komm schon. Ey, ist das geil. Ich feiere das gerade so hart, ne? Komm, wir nehmen uns A. Ich feiere das mehr als hart. Wir nehmen uns jetzt A ein. Da steht zwar das Geschütz, aber scheiß auf das Geschütz. Ich boxe sie denn. Jaja, jetzt guckt ihr in die falsche Richtung, oder? Ich versuche jetzt mit zur A zu kommen. Ich habe den noch geboxt hier auf A. Den, äh... Ich geschütze das Box kaputt. Nein! Warte, ich sag... Ah, nein! Ah, nein! Er hat eine... Er hat eine Vespa. Ne, ne, der hat die HLX. Aber ich habe A eingenommen. Ja, super. Jetzt habe ich es nicht abgekommen. Oh, ich bin weg, ich bin weg. Aber du hast das Geschütz geboxt, oder? Ne. Ah, ich bin gestorben nochmal, okay. Aber 27 zu 12? Boah, der hat... Was? Ist das krass. Richtig krass. Ah, ich bin leider wieder negativ, aber gut. Ich kriege ja auch echt nichts mehr ab. Aber wir gewinnen gerade das Spiel. Wir gewinnen es echt, ne? Ich bin so hype, ne? Beste Folge, Mann. Oh, Mann, ey. Was ich an dem Fäusten nicht verstehe, ist, dass man von hinten jemanden trotzdem nicht mit einem Schlag töten kann. Von hinten wäre das wenigstens schon besser, ne? Ja, aber das kannst du nur, wenn du eine Waffe in der Hand hast. Das ist so... Hä? Geil. 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 Nur mit Fäusten, Mutterschiff. Alles klar. Alles ist möglich. Verschweifelt, ne? Und wir machen einfach erste Runde. Erste. Krass. Dead Comeback, ey. Leul. In dir ist ein Herz. Kein Kommentar. Heftig. Ja, auf jeden Fall. Guckt mal Gustav vorbei. Oh, jetzt hab ich schon verraten, dass ich das nicht schaffe. Und es war auf jeden Fall witzig. Ja, witzig war es auf jeden Fall. Aber man muss es echt nicht nochmal machen. Komm, ich bin sogar Dritter geworden. Geil. Mach natürlich meine Geste hier. Ist das witzig, Mann. Ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne wieder eure Klasse in die Kommentare. Würde ich mich mega darüber freuen, dass wir mal nächste Woche wieder eine richtig schöne Klasse am Start haben. Und ja, checkt auf jeden Fall die anderen Videos ab, die hier eingeblendet werden. Lass mir gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und in dem Sinne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017